Deutschmaschine Schnell Hart Laut Dreckig Und gemein Wir sind nicht gut Wir sind Wir sind Wir sind Die 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 Du kannst den ganzen Mainstream Mist nicht mehr ab Dann bist du hier genau richtig Bei der Deutschmaschine Denk dran, die Deutschmaschine lebt Auch in deinem Kopf, glaub mir Hallo, ich bin Jürgen von Deutschmaschine Rock Radio Jetzt beginnt sie meine Serie CD-Tipps von Deutschmaschine Rock Radio Und den Anfang macht die Band Hämatom mit Wenn man von Teufel spricht Ja, ihr habt richtig gehört Wenn man von Teufel spricht Es ist ein wirklich gelungenes Album von dieser Band aus Süddeutschland Die Jungs sind auch alle noch sehr jung Und ja, die machen auf jeden Fall richtig geile, fetzige Mucke Härter als Rammstein Und ich kann nur wirklich einige Songs hervorheben Die wirklich genial geworden sind Da wird zuerst nämlich der zweite Song Sturm Der wirklich richtig schön losgeht Schon fast eine Hymne Und ja, diese Hymne haben sie auch, glaub ich, schon im Wacken vorgestellt Dann fällt noch besonders ins Auge Die Ballade Meer Also wie das Meer Und ja, dieser Song ist ein Würstchen und ruhiger Also wirklich eine kleine Pause Wo es wieder richtig abgeht danach Und was mir noch sehr gut gefällt Ist der Song Neandertal Das ist eine Coverversion von der ersten allgemeinen Verunsicherung Und der Song Wer hat Angst Wo die Kindesmisshandlungen der katholischen Kirche ein wenig auseinandergenommen werden Auf jeden Fall kann ich nur eins empfehlen Kauft Hämatom, wenn man vom Teufel spricht Und ja, ihr könnt unten auf das Bild Oder wenn ihr bei YouTube guckt Auf den Link klicken Da könnt ihr das Album gleich bei Amazon bestellen Und ich kann nur eins sagen Dieses Album von Hämatom Hat sechs Sterne von sechs Sternen Hämatom, wenn man vom Teufel spricht Kaufen, kaufen, kaufen Einen schönen Tag noch Tschüss Natürlich glaubt ihr jetzt, das war alles Nein Diese vier Songs, die ich jetzt eben besonders erwähnt habe Sturm, Neandertal, Wert Angst Und das Meer werde ich eben noch mal kurz anspielen Und ja, wie schon gesagt Kaufen, klickt einfach unten auf den Link Tschüss Auf unsere Richtung gewählt Ein Blick nach oben Des Knaden suche ich mir einen Knaben Ich werd ihn in die Knien zwingen Bis meine Glocken laut erklingen Lauf, sonst bist du dran Wer tanzt vom schwarzen Mann?